Und damit herzlich willkommen zu Conrad Stevensons Paranormal PI, der Klinischwester von Phasmophobia. Genauso wie in Phasmophobia begeben wir uns zu verschiedenen, ich sag jetzt mal, Orden, an denen Geister ihr Unwissen treiben. Unsere Aufgabe ist es, wie in Phasmophobia diesen besagten Städten zu begeben, rauszufinden, was passiert ist und natürlich auch den Geister herauszufinden, der da sein Unwissen treibt. Ohne viel Labarababa würde ich mal sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Jetzt. Also wir gehen wieder auf Spuchensuche, gucken, was hier so los ist, was passiert ist. Gehen wir hier mal alles rein. Taschenlampe, Kamera. Foto mit, ah, Leertaste. Night Vision mit X. Audio Sensor. IMF. Ah, okay. Alles mit Fahrenheit. Ach so, man kann es sogar ändern. Toggle H.U.D. Mhm. Okay. Ja, sieht schon mal in Ordnung aus hier auf jeden Fall. So. Ist das jetzt hier unser Büro, oder? Äh. Hallo. Ah. Okay. Mhm. 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 Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier auf Toilette gehen, oder was? Okay. Ich hab wirklich keine Ahnung, was dickes hier machen soll. Ich würde gerne hier. Nee. Ich möchte es ja nicht verlassen. Ich möchte ja gerne. Ich würde ja mal gerne hier spielen wollen, ne? Okay. Soll ich jetzt da. Okay. Hm. Okay. Ach, record ist auch mit. Well, I can take pictures all day, but nothing interesting to see. Mhm. Investigating with the camera recording all night results in hours of post investigation work. Ich würde aber gerne mal, ich wäre auch durchs Spiel nicht verlassen, ich würde ja gerne Geister jagen. Hm, okay. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ist das jetzt ein Tutorial oder was? Fitte Menu, ja. Jetzt sind wir schon wieder hier. Das ist irgendwie komisch. Kann ich jetzt hier irgendwie... Nee, ich will ja spielen. Und muss ich hier irgendwas machen. Es gibt hier Geister. Residual. Intelligent. Poltergeist. Demonic. Intelligent. Okay. Residual. Poltergeist. Warum auch immer, ein Poltergeist. Immer wieder. So. Ah. Do you know why I'm here? I'm going to listen to that real quick. Do you know why I'm here? Alright. Can you tell me your name? I'm going to listen to that real quick. Can you tell me your name? Okay. Tja. Und jetzt so. Ey. Sag mal. Ey. Ach, ich bin das. I don't see anything we're taking a picture of. Mmm. Is this your home? I wonder if I recorded anything. Is this your home? Alrighty then. Können wir jetzt mal wirklich hier mal anfangen? Geister zu, ja? Ach. I want to look at the map. I should probably turn the light on. Okay. Never mind. Gut. Also, wir haben hier in unserem Büro eine Karte. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben viele verschiedene Häuser zur Auswahl. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben wir 16 Orte, an denen wir hingehen können. Ich würde einfach mal von ganz oben hier anfangen. Die Stadt heißt New Aedalon, Celeste Sea, Northside Highs, The Bluffs, Eagle Forms, Carrion Farms. Es ist ein bisschen an New York angelehnt. Wollen wir mal gucken. Evergreen Lane. Do you want to investigate this location? Yo. The homeowners reached out to me a few days ago, seeming to be rather desperate for help. This family is convinced that their house is haunted. They moved into the house about a year ago and within the first few months, the wife heard odd sounds like footsteps coming from the upstairs as she was on the main floor. Her husband told her she was hearing things until he heard them himself. They have three children and the two youngest informed mom earlier last week they have seen a young child playfully skipping through the upstairs hallway. Mom expressed her children feel they have a new playmate but she does not share the same feeling. This is unsettling for the parents who want to get to the bottom of this. I'm sure I'll be able to find enough evidence to support their claims and put their minds at ease. Alrighty then. Also. Ganz normaler Familiennachmittag Schritte. So das übliche. Anders als in Phasmophobia haben wir alles, was wir brauchen, immer mit dabei. Wir können auch gleich die Tür schon öffnen und ja. Set es für wir müssen mal kurz hier alle durchgehen. Ich höre was. Was mir nicht so ganz gefällt. Okay. Schönen guten Tag. I don't need the lights on. I have a flashlight. Ja. Stimmt. Okay. Ja. Nee. Will die ja aufhaben. Also ich höre wirklich auch was von ganz oben und es gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Once I see a ghost, I'll snap a picture. Äh. X, ne? Hey. Au. I'm not going to press record then spend hours watching an idol video investigating with the camera recording all night results have I just the truth come weiss nicht ob ich das war der die Tür zugemacht hat. Okay. Da wollen wir ihnen erstmal was fragen. Weißt du warum ich hier bin? Weißt du warum ich hier bin? I wonder if I recorded anything. Do you know why I'm here? Attack. Die. Um. Do you like the current family living here? Do you like the current family living here? Hm. Bis jetzt noch nicht. Gut. Soll wohl von hier oben kommen. Wo ist mein IMF-Gerät? Hier. Oh. Uh. Hier. No reports IMF-2. Ja. Wo ist mein Diktiergerät? Hier. Ähm. Ist das dein Zuhause? Ist das dein Zuhause? Mal gucken. Ich wundere, ob ich etwas recorded habe. Ist das dein Zuhause? Nichts. How many people are here other than me? Hmm. I'm going to listen to that real quick. How many people are here other than me? Okay. Wartet mit. Oh. Oh. 20 Grad. Ja. 20. Kommt vielleicht hier von neben. Nee. 20. Mhm. Hä? Ist das Zweilichheit oder was? Katsache. Hey. Hey. Lass mich doch mal. Ah. Ich höre es auch Knatschen die ganze Zeit hier. Wo ist mein EMF? Hier. EMF 2. Oh. 5. Ui. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen Scheiße. Is there anything you'd like to tell me? Dots. Wonder if I recorded anything. Is there anything you'd like to tell me? Okay. Why are you here? Let's play that back and have a listen. Mhm. Why are you here? Hm. Ockily dockily. Ich weiß leider nicht, ob man hier sterben kann. Ich will es irgendwie auch gar nicht wissen. Irgendwie haben wir hier ein Lexikon oder irgendwas, irgendein Buch, wo wir was eintragen können. Evidence. Notes. Most of the activity has been witnessed upstairs. Genau. Ich muss hier noch mit der Tasten-Kombi irgendwie klarkommen. EMF 2. 2. 3. 3. Lassen wir mal nochmal kurz. Well, I can take pictures all day, but nothing interesting to see. Lassen wir mal was aufnehmen. How many people are here other than me? How many people are here other than me? Let's play that back and have a listen. Mhm. How many people are here other than me? Okay. Can you tell me your name? Can you tell me your name? Äh. Na los. Irgendwat. I wonder if I recorded anything. Can you tell me your name? Hm. Alrighty then. Oh, hier ist ein Kon... Oh, eine Konsole. Lass mal zocken hier. Oh. Zwei. Ja. Man, ich brauche meinen EMF. Oder reagiert er. Wie bei Phasmo. Nur wenn es dunkel ist. Das würde mich jetzt in dem Fall auch nicht wundern. Aber Licht war an. Und er hat sich trotzdem gezeigt, ne? Mit Dots. Zwei. Oh, oh, hier. Oh. Scheint wohl doch hier eine Ecke zu sein. Ähm. Ist there anything you would like to tell me? Es knatscht hier auf jeden Fall. Let's play that back and have a listen. Is there anything you would like to tell me? Ich hab echt keine Ahnung. Is there anyone here who would like to speak to me? Is there anyone here who would like to speak with me? Attack. Behind. Let's play that back and have a listen. Is there anyone here who would like to speak with me? Def. I'm behind you. Can you tell me your name? Let's mir deinen Namen sagen. Let's play that back and have a listen. Can you tell me your name? Hm. Alrighty. Oh. Oh, oh, EMF 5. Oh. These lights are acting funny. I should continue investigating. Ja. Der ist auf jeden Fall hier. Der Tigert hier rundherum. Gezeigt hat er sich auch schon. Ne? Sieht aus wie ein... Was war denn das? Sah aus wie ein kleines Mädel, ne? Oh. Oh. Ah, scheiße. Kamera. Fuck. Also er zeigt sich wohl... öfter mal. Und anscheinend... geht's auch ohne töten. Das ist für mich ganz in Ordnung. Aber erschrecken... Äh... Ich erschrecke mich trotzdem. Ich weiß nicht. Ich weiß, was ich recorde. Ich weiß, was ich hier geschrieben habe. Do you like the current family living here? Ja. Do you know why I'm here? I'm going to listen to that real quick Do you know why I'm here? Well, I can take pictures all day But nothing interesting to see Hm Ich meine, ist er auch mit Sachen oder macht er irgendwas? Haben wir Dots? Also Dots haben wir auf jeden Fall Der hat sich ja schon mal gezeigt Aber ich bin irgendwie gerade ein bisschen Ich muss schon mal ein bisschen sortieren Okay, auf zwei ist das Auf das ist das Das ist das Okay, war das fünf? Ach, fünf war Temperatur Gut Muss ich mir irgendwie mal versuchen ein bisschen zu merken Oh, im... Oh, ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Need milk Ja, 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 ja Oh Der ist hier irgendwo Komm Zeig dich Wo bist du? Muss ich mich irgendwie... DMF 2 Hier Irgendwo hier In der Dusche? Nee Kann nicht sein Hä? Irgendwie hört sich das so an Als ob er irgendwas auf PVC oder so rumtippt, rumfährt, quiecht, was auch immer Aber irgendwie... Komm Zeig dich mal Oder beantworte mir mal meine Frage Ähm... Ist das dein Zuhause? Sag mal Ne Auf ihren Basis Dann können wir auch zacken Ich werde das kurz hören Ist das dein Zuhause? Warum bist du hier? Death Behind Ich werde das kurz hören Warum bist du hier? Das knatscht hier auf jeden Fall sehr Kann aber nicht sagen, woher der kommt Oh Ui Ui Ja, da braten wir doch mal ein Storch, Alter Ole, Kumio So Oh, zwei Sachen sogar I have detected some unusual activity with my EMF meter I have obtained photo evidence of a full body apparition Absolutely amazing What brauchen wir noch? Evidence Temperature und Audio Let me check that real quick 20 28 20 27 Ich glaube, dazu brauchen wir wieder EMF 5 Ähm... Do you know why I'm here? I'm going to listen to that real quick Do you know why I'm here? Can you tell me your name? Oh I'm going to listen to that real quick Can you tell me your name? Knatscht auf jeden Fall Oh Oh 19 19 19 Ja Oh 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 Ja Nee Irgendwo hier Nee Hier Nee Wärmer Wärmer Oh Oh Ja 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 Hier Hier Hm These temp readings are unusual Unusual Ja Korrekt Mabrow Jetzt brauchen wir noch Audio Und dann haben wir eigentlich alles Was knatscht denn hier? So, wir müssen doch nochmal in den Raum hier Genau So Ähm Do you like the current family living here? Hm? Let's play that back and have a listen Do you like the current family living here? Is this your home? Let's play that back and have a listen Is this your home? Is there anything you'd like to tell me? I wonder if I recorded anything Is there anything you'd like to tell me? How many people are here Other than me? Knatscht auf jeden Fall sehr I wonder if I recorded anything How many people are here Other than me? Nicht Do you know why I'm here? Weißt du warum ich hier bin? I wonder if I recorded anything Do you know why I'm here? Er macht mich So wieder warm Warm Oh Oh, 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 oh Hier Hier Irgendwo hier Da ist er 19 Hier war es richtig kalt gerade Unter 18 Grad Oh, oh Der bewegt sich halt Ein bisschen schneller Ist das dein Zuhause? Ich werde das kurz hören Ist das dein Zuhause? Nahtstrich, also der läuft hier Der läuft hier rundherum Aber er antwortet nicht Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? Is there anyone here who would like to speak with me? Das ist, äh, speak to me, not speak with me Let's play that back and have a listen Can you tell me your name? Ich möchte halt den Geist auch nicht so provozieren, ne? Ich weiß halt noch nicht Let's play that back and have a listen Can you tell me your name? Why are you here? Death Kill Kill Let's play that back and have a listen Why are you here? I left here Have you ever heard? VMF Meter Should not behave this way This is paranormal Ja Sehr paranormal Boah Kurva Ui Lecko mio Okay Ja Jetzt kommt er auf einmal von dort Aus der Küche Ich glaube, der ist wütend Er will halt auch nicht antworten Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon abhauen können Let's play that back and have a listen Why are you here? Weil wir müssen ja dann auch den Geist bestimmen Es sind zwar nur vier Stück Aber die vier Stück Aus denen müssen wir erstmal einen wählen Dazu müssen wir erstmal wissen Wie er tickt Nicht How many people are here Other than me Er zeigt sich auch mit Licht Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat Er läuft hier rum Er will es aber nicht beantworten Nicht Ich weiß nicht, warum ich hier bin Und das war nicht Miss Ich weiß nicht, warum ich hier bin Wir machen hier mal ein bisschen frische Luft drin. Zack. Ähm, ja? Da hat irgendwer geflüstert. Ist das dein Haus? Kannst du mir deinen Namen erzählen? Hm, weiß. Lass uns das zurück spielen und hören. Kannst du mir deinen Namen erzählen? Er will halt nichts machen, ne? Wie viele Leute sind hier, außer mir? Können vielleicht Zwillinge sein? Oder ein Revenant? Ich werde das kurz zu hören. Wie viele Leute sind hier, außer mir als ich? Ich höre auch was, aber irgendwie... Ist es etwas, was du mir sagen willst? Lass uns das zurück spielen und hören uns. Ist es etwas, was du mir sagen willst? Nichts, was? Nichts. Ist das dein Haus? Lass uns das zurück spielen und hören uns. Ist das dein Haus? Nichts, macht er. Ich weiß auch nicht, ob wir schon abdampfen können. Warte mal, was ist denn hier? Temperatur war nochmal auf... Ja, 20. Hm, schönes Auto. Na, besser. Warum geht überhaupt auch das Licht an und aus? Okay. Was ist hier? Propantank. Ui. Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da weiter rüttel. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Oh. Ein Rasenmäher. Also hier brauche ich wirklich gar nicht suchen. Also hier ist ja wirklich... Toad der Hose. Ah. Oh Junge. Ne. Geht das hier überhaupt an? Wart mal. Aha. Falscher Lichthalter. Hier. Ja, es wird... Es wird kälter. Erstmal nochmal eine Frage stellen. Er sagt halt auch nichts, ne? Das ist halt doof. Let's play that back and have a listen. Do you like the current family living here? Death. Kill. Kill. How many people are here, other than me? Let's play that back and have a listen. How many people are here, other than me? Ne. Man kann auch dieselben... Selben Situation. Häuser nochmal neu spielen. Und hat dann zum Beispiel andere Fälle. Ja. Aber... Ey. Ey. Meine Güte. Ich sollte das Licht ausziehen. Warum ausgerechnet das? Hat das einen Grund? Warum ausgerechnet das? Will mal gern... Is this your home? Ah, jetzt so. Hat da gerade jemand geatmet? Let's play that back and have a listen. Is this your home? Es soll wohl laut YouTubern wirklich schwer sein, hier eine Antwort rauszukriegen. I'm ghost hunting with the lights on now. Hä? Soll ich ausschalten, oder? Ewa. I'm ghost hunting with the lights on now. Ich geh nochmal eh mal hoch. Geh in den rum. Und nochmal... Can you tell me your name? Can you tell me your name? Wenn nicht, müssen wir erstmal abdampfen. Mal gucken. I'm going to listen to that real quick. Can you tell me your name? Death. Hmm. Is this your home? I wonder if I recorded something. I wonder if I recorded anything. Is this your home? Okay. Kannst du machen, aber auch, was du möchtest. Ich kann dann mal kurz gucken nach Temperatur. Ja. War gerade kalt. Ich bin wahrscheinlich wohl freigeschalten zu haben. Ich weiß nicht, was. Oh, man. Oh, man. Can you tell me your name? I wonder if I recorded anything. Can you tell me your name? Is there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Let's play that back and have a listen. Is there anything you'd like to tell me? Is there anyone here, who would like to speak with me? Kannst du machen, was du möchtest? I wonder if I recorded anything. Is there anyone here, who would like to speak with me? Is this your home? That's the problem. I'm going to listen to that real quick. Is this your home? Is this your home? I'm going to listen to that real quick. Do you like the current family living here? Why are you here? Here's EMF Pier. I'm going to listen to that real quick. Why are you here? Do you know why I'm here? I'm going to listen to that real quick. Do you know why I'm here? Hmm. Bist du wieder hier drin, oder? Hast du dich hier verkochen? Nee. Ah, hier. Hier, 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 hier. Hier war es gerade kalt. Also halt unter 18 oder 19 Grad. Let's play that back and have a listen. Do you like the current family living here? Why are you here? Why are you here? Let's play that back and have a listen. Why are you here? Is there anyone here, who would like to speak with me? Der läuft hier. Ich sag's immer wieder, aber... Let's play that back and have a listen. Is there anyone here, who would like to speak with me? Ich weiß nicht, wie lange ich das schon probiere, aber... Hm. Dampfe ich ab. Wo muss ich eigentlich nochmal lang? Hier, wahr? Was muss ich jetzt eigentlich überhaupt machen? Kann ich jetzt einfach gehen, oder? Ach, guck mal. Ghost Problems. Kann ich... Warte mal. Hold the interact button to finalize your investigation. Ah. Hm. Wie ich meine, jetzt wartet für ein Geist wahr, oder nicht? Nö. Bekommt man wohl nicht, ähm... Irgendwie... Angezeigt. Nicht doof. Guck mal hier. The Skipping Shire. Okay. Mhm. Na gut. Gut. Von meiner Sicht... Von... Von meiner Seite aus war's dann damit gewesen. Ich mach mich nochmal ein bisschen schlau, was man da machen könnte. Wie man da jetzt den Geist dann besser, ähm... herausfinde, welcher das ist von den Vieren. Ich glaube, ich hab jetzt auch einfach nur den ersten angeklickt, der da schon angeklickt war. Weil, ich glaube, mit Audiobeweis hätten wir rausgefunden, was er gesagt hätte. Zum Beispiel... Oh. That sounds... Dämonic. Dann hätten wir... Dämonica gehabt. Oder ein Dämon, oder wie auch immer der heißt. Gut. Pasmophobie und alle kommen natürlich auch noch, ist ja klar. Ein bisschen hab ich noch was vorbereitet. Ja, man sieht. Man sieht. Hm? Bis zum nächsten Mal. San Francisco. San Francisco.